Ach, hier kann ich wahrscheinlich noch her. Oh, da toll. Hätte man auch sofort drauf kommen können. Hm. Feuerwerkskörper. Ich kann mich nicht bewegen. Noch einmal Feuerwerkskörper. Oh, nicht kiechen. Sollen sie rennen. Alles klar. Hm. Ja, hat mich schon wieder gesehen. Schicker Teppich. Ja, ja, die kusset auch. Immer mit der Ruhe. Natürlich. Oh, da habe ich von gesprochen. Baseballschläger. Jetzt kann sie losgehen. Es kann nichts mehr passieren. Was hat? Fahrzeugschlüssel. Ja, schön. Pistolen, Munition. Kann ich nicht irgendwie... ...was abschmeißen? Wegschweren kann ich jetzt nicht, oder? Ach, egal. Bisschen blöd gemacht. Hm. Vollwerkskörper. Äh, ich weiß schon überall, oder? Da habe ich wieder irgendwas übersehen. Was ist das denn? Bolzen? Aha. Halten sie eh zum tauschen. Hm. Ich glaube, dann lasse ich mal den Hammer hier, wa? Wo ist denn jetzt der Baseballschläger da? Bolzen. Nicht schlecht. Ah! Oh, was ist denn? Da habe ich keinen Schaden gekriegt. Wo bin ich denn jetzt? Geheimversteck? Ich brauche noch einmal Feuerwerkskörper, damit die Party losgehen kann. Aber wo haben sie die versteckt? Ja. Verdammte Kacke. Hm. Kann ich hier rüberhüpfen? Na da? Ja, ich glaube, da würde ich mir alles brechen. Hm. Okay. Yeah. Hi. Ich risset auf. Jetzt brauchen die noch zwei Schläge. Mit dem schönen Basey. Verdammte Kacke. Wo finde ich denn jetzt die restlichen scheiß Feuerwerkskörper? Äh. Ich will ja nur ein bisschen Feuerwerk machen. Ich will hier noch irgendwo hin. Der Ton ist auf jeden Fall gut eingefangen. So, äh, ist hier aber irgendwo eine Leiter? Oder sowas? Ich will hier rein? Nein. Feuerwerkskörper, weil ab der Kacke, die kann doch nicht so schwer zu finden sein. Wenn die hier einfach immer willkürlich respawnen würden, wird eine ganz andere Geschichte hier. Verdammte Scheiße. Ich hab schon dreimal alles abgesucht. Die müssen ja dann da irgendwo sein, oder? Ach du Kaffe. Na gut, kommt hier. Ah, die können aneinander vorbei. Scheiße, 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 scheiße. Ja, ja, hab mich ja nur die, fast die Hälfte meines Lebens gekostet. Damit mach ich keine Zeit. Sondern Energie. Okay, komm, ich renne jetzt hier einfach vorbei. Feuerwerkskörper, Feuerwerkskörper, irgendwo eine Treppe nach oben. Irgendwat. Irgendwat. Scheiße. Natürlich. Oh Gott. Lass mich doch alle in Ruhe. Hier ist nirgendwo ne scheiß Treppe nix. Oh, das hätte ich vielleicht nicht hier laufen sollen. Egal. Egal. Hm. Feuerwerkskörper. Hier am Anfang vielleicht irgendwo. War ich hier überhaupt schon mal? Ja, hier hab ich angefangen. Hm. Was eine Scheiße. Hier auch nicht. Oh, da liegt noch irgendwas. Oh Gott. Sportgetränk. Wenigstens etwas. Hm. Ich will mal wissen, wie viele Zombies ich inzwischen... Oh. Schon getöteter. So ne bekakte Kacke. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen ja irgendwo auf dem Dach sein. Geht ja gar nicht mehr anders. Oh, ich sollte vielleicht mal was zu essen essen. Oh, du hörst dich an wie ein Motor. Oh, mach nix. Oh, fuck. Ja, nicht getroffen, ok. Ach, ey. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wieder hoch. Langsam aber sicher, ne. Geht mir die Geduld aus. Hier hab ich doch schon überall nachgeguckt. Gut. Hier hab ich die Schlüssel gefunden. Punkt. Feuerwerkskörper gab's hier nicht. Aber hab ich irgendwas übersehen. Hallo, habt ihr das gehört? Oh, fuck. Die haben gehört. Ja, vielleicht keine so gute Idee. Kann ich hier hoch? Und dann... Irgendwo anders hin? Nein. Oh, doch. Cool. Oh, fall da bloß nicht runter, Junge. Feuerwerkskörper. Ich hab genug gefunden. Das macht nix. Ich will hier trotzdem mal alles absuchen. Ich geh durch die Tür, wie sich das gehört. Hm. Noch mehr Feuerwerkskörper. Und ein paar Akates. Die gleichen wie in einem anderen Laden. Musikbox, kann ich nicht anmachen. Ah, kratzen. Ah, du blöde. Verdammte. Ah. Echte. Spots-Challenge. Ah, cool. Guck mal. Ah. Das war ja Strategie-Zombie. Er hat sich versteckt. Ja, und jetzt finde ich hier einen Feuerwerkskörper nach dem anderen. Ja, und jetzt finde ich hier einen Feuerwerkskörper nach dem anderen. Mann. Ihr bleibt da. Ich geh auf dem Friedhof so lange. Ich weiß ja nicht, ob das auf dem Friedhof so sicher ist bei einer Zombie-Apokalypse. Ob die Toten dann auch wieder auferstehen? Also die, die schon vorher tot waren. Das muss man nicht hoffen. Ich renne es hier einfach durch. Oh, kacke. Ah, scheiße. Weg, 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 weg. Nein. Der hat gar nicht so irgen getroffen. Oh, hätte ich doch mal alle gekillt. Die wär süß. Mehr. Hä? Oh, ich bin tot. Nein. So ne Scheiße. Wer hat mir denn jetzt so viel Energie abgezogen? Ach. Komm, renn durch hier. Ist mir egal. Wir sind hier unten noch los. Zombie-Party. Äh, ja. Hier war noch Munition irgendwo. So. Ja. In dem GQ. Okay. Exit. Ach, ja. Ich hab mich schon wieder erschraubt. Äh, Feuerwerkskörper? Hä? Schon eingesammelt? Okay. Ab aufm Friedhof. Ein paar Zombies schlachten. Hä? Wo soll er hin? Da. Verfolgt mich. Jetzt schon. Hä? Die stehen alle auf. Warum auch nicht? Aua. 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 Sind die nervig. Ach, Scheiße. Nein. Zeig mir ne Pistole. Egal jetzt. Oh nein. Ist... Ist klar Toll wieder Pistolen Sache hier Könnt mich alle mal Oh da hätt nicht noch was glaub ich Nein doch nicht Ha! Cool Oh! Oh scheiße Hat ein schönes Geräusch Alles klar Ist natürlich auch wieder aufgestanden Was hat der denn? Ein Zombie-Rocker? Ah! Ah! Kacke Meine Fresse Oh das sind ja verschiedene Pistolen Der ist ja interessant Ah! Boah! Muss das denn immer sein? Doch einer Bin gleich schon wieder tot Also zum Glück habe ich ja was zu essen dabei Weil alle meine Wunden heilt Ah! Hammer! Das fühlt sich ja immer besser Boah jetzt krieg ich das Wie lange dauert der? Ganz schön Okay Okay Dann haben wir noch irgendjemand Dämlich ein Zombie Ich bin berhoffener mit dem Hammer sind die nach einem Schlachttod Oder nach einem halben Ich bin in der Kirche Ich bin in der Kirche Du musst die Ordnance positionieren für mich Oder es wird nur fizzeln Hast du mich? Wan Hä? Ich höre joe gar keinen Doch einen. Ach der da oben wahrscheinlich Machen wir es so Ach egal So wo noch? Hä? Wie wird gar nichts mehr angezeigt? Im Eingangsbruch? Ach hier Ja wahrscheinlich da oben würde ich mal sagen Hm Hm Gesperrt Ja Ja Alles klar Ist hier noch etwas feines? Nein Wake up, they're pouring in now Go on and call them in for Sunday service little brother Okay Alright baby Abandon room only Let them up boy Äh Falltür Hier Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Hier oder was? Hier Kein Problem Ich mach nur eben noch ein paar Zombies kalt Äh kalt Wow Alles klar Wie kann ich jetzt hier her? Nein Ein bisschen kompletten Weg wieder zurück Ja Ja Sir Let's see some of those dates on firework buddy! Yeah Yeah Geht da hoch Ganz schön viele Zombies hier noch rumlaufen dafür dass ich da so ne Party gestartet hab Ladies night yeah Heeeeh Hup Hup Ach du scheiße Und wieder 3 Milliarden Zombies Ja gut dass wir das andere Auto nach rausholen müssen übrigens Wofür ich die Schlüsse geholt hab Alles klar Ja Soft Roller Mhm Habe ich jetzt zwei Wagen? Okay Cool Jetzt kann ich viele Leute mitnehmen Äh Ja ich nehme natürlich den würde ich sagen Ja Backstay Ja 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 Okay Was? Right Wouldn't be a surprise now if I told you right? It's gonna be nothing but to pull over Alright alright Just trying to do something nice and all Alright I'm pulling over I kept something of yours It gets back at the bar with my hog What for? Same reason I kept this wristband that mama gave me I suppose Äh Äh Da bin ich aber gespannt Gut Tag Ah jetzt kann ich auch beide losschicken Wow Okay Okay Ich werde aber erstmal Ich muss sie auswählen Ähm Du Uh 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 Suus Munition 64 Wer ist mit Merl? Warum kann ich Merl nicht Wieso kann ich Merl nicht auswählen? Ja Ach komm 64% Das reicht ja wohl Äh Ausrüstung Halbautomatisches Gewehr Hohoho Ja die Beuzen kann ich jetzt erstmal wohl hier lassen Mhhh Ja Das sieht gut aus So siehts gut aus Ja Ja Okay Stay here What? Wieso soll ich denn suchen? Ich Mir wurde gerade gesagt die soll hier stehen bleiben Na egal ich mach jetzt erstmal ne Aufnahmepause Also bis zum nächsten Video Tschüss Jetzt wie geht das rein und action zirken? Du hast es besser